Herzlich willkommen beim SV 1921 Buchenberg. Wir stellen euch gleich in den Bildern unseren Verein vor und zwar im Stammverein SV 1921 Buchenberg mit seinen Abteilungen und in der JSG Edersee sowie der FSG Buchenberg-Ederbringhausen. Sehr gut, sehr gut. Musik 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 Ich möchte euch die Damen im Lastwig Buchenberg vorstellen. Zwischen 30 und 60 Jahren. Wir treffen uns einmal die Woche zur Gymnastik im Winter und über die Sommermonate walken wir Fahrrad oder unternehmen mal was gemeinsam. Ich bin die Leiterin der Seniore-Gymnastik-Gruppe. Wir bestehen seit 2001 und unser Motto ist gemeinsam statt einsam. Und das wird auch von den Herrschaften zwischen 70 und 90 genau so angenommen. Musik Musik Die Leiterseeschule Herzhausen als Schule im Ganztag ist natürlich immer sehr daran interessiert, mit außerschulischen Partnern zu kooperieren, wie zum Beispiel auch Sportvereine und in diesem Fall im SV Buchenberg. Schon seit vielen Jahren können wir auf eine sehr vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit dem SV Buchenberg zurückblicken und hoffen die auch zukünftig weiter ausbauen zu können. Musik 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 Was? Was? Hallo, ich bin gar nicht ganz genannt. Jaaa! Jaaaaaaaaa! Ich bin hier auf dem Fall, oder? Der Ball kommt! Jawoll! Ja, 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 auf den Fall! Ja! 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 Ja!